Äh, bist du sicher, dass alles gut ist? Alter, ich mach das verkackte Wasser weg, ey. Oh Mann, Alter. Alter, ich komm nicht mehr klar. Ey, mein Wasser. Ja, klar, man kommt die Treppe überhaupt nicht hoch. Außerdem, was meckert du rum? Ja, super, toll. Ist doch alles okay. Ja, klar, was laberst du? Guck doch mal hier. Ah, ja, das sagst du jetzt. Was ist los? Keine schlechte Idee. Guck mal, kommt hier wunderbar hoch. Ich glaube, ich mach einen Wasserfahrstuhl. Ja, Moment, ich muss hier erstmal was machen. Guck mal, wenn ich oben bin, dann läufst du auch mal hoch und dann zeige ich dir, dass es gut geht, die Treppe hoch zu lassen. Ich hab nicht verbaut, Mann. So, guck ich, ich laufe hier hoch und es geht hammer einfach. Siehst du? So, guck, probieren wir jetzt mal aus. Ja, schon klar. Du sagst, wenn ich dich nerve, ne? Das weiß ich auch nicht. Was hatte ich dir gerade mal für einen kranken Lachfläch, Alter? Ja, das kenne ich. Ach ja, hier kommt jetzt gleich ein bisschen Wasser runter. Das wäre aber das kenn ich ja bereits. Woher denn? Nö, nur komplette Ladung. Nicht wundern, ist nicht viel Wasser. Nö, nicht schon wieder. Ja, okay. Ja, also wir müssen echt ernst sein, wenn du es geht und gar nicht, ey. Okay, jetzt ist es nicht mehr lustig. Oh ja, definitiv. Wir müssen auch in einem Let's Play mal ernst sein. Ja, das frage ich mich auch. Ja, lachen ist was für Außenseiter. Ja. So, jetzt kommt man auch aus dem Wasser wieder raus, siehste. Die coolen Leute roffeln. Yeah, unser Baum ist gewachsen. Nee, Kotstieg. Du bist mir auch Kotstieg. Du bist Baum. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Nee, nee. Er hat Kotstieg gesagt. Jetzt muss ich ihn auslachen, weil der von Scheiß geredet hat. Ach so, nee, 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 hast du Hunger? Hast du Hunger? Ich hab gar nicht, weil du immer so gerne von Scheiß auf das Thema Essen kommst. Oh, drei gläseige Gläser. So. Hey, ich hab noch drei gläseige Gläser, ne? Jetzt hab ich hier einen Ehrenbaum gepflanzt. Jetzt hab ich kein gläseiges Glas mehr. Ja, ich komm schon mal. Aber ich brauch nen Sand. Ich geh sanden. Ich geh sanden. Ey, ich brauch Sand. Das Wasser. Keine Ahnung, von oben. Ganz oben, da wurde irgendwie so ne Glaskonstruktion. Wo kommt das Wasser her? Das Wasser. Das Wasser. Jetzt schweißt du auch. Ich schmeißen. Jetzt schweißt du auch, warum ich Sand brauche. Jetzt schweißt du auch. Ohne Witz, weil hier die Insel kann man doch brauchen. Ja, hier haben wir noch Sand genug vor der Tür. Ja, hier ist so gerade irgendwie abgelegene Wüste oder so. Geh mal, ich will noch ein bisschen abzuholen. Wo? Ja, ernsthaft. Ich mach's ja wieder so, wie ist es. Ja, lass das da, das sieht geil aus. Ernsthaft. Hm. Sier-Russ-Lie. So eine Art wie SimCity. Verstehst du Sier-Russ, Russland. Aber auf Mittelalter nicht und so weiter. Ey, was ist Tropico 4 eigentlich so ein Spiel? Und eben halt auf einer tropischen Insel, ne? Heißt, da steht der ist ja schon im Namen, Tropico. Ne, ne, kriegst du überall so. Kriegst du wahrscheinlich überhaupt einen Steam. Wo, gibt's das ein Steam oder wo? So, was hältst du von meinem Baum da mittendrin? Gravel, gravel, wir graveln, gravel, gravel, gravel. Wo? Ja, das sind wir auch noch. Verstehend. Was hältst du nur von meinem Wasser? Gut. Ich hab Eisen gefunden. So. In der Höhle, direkt vor der Türe. Achso. Ja, okay. Das ist Ende. Sollte eigentlich so viel leisten, dass du doof bist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaub schon. Warum lachst du mich auch immer auf? Hast Bock drauf, ne? Mhm, das ist gut. Fast hättetest du mich der Sand erschlagen. Ey, ich baue gerade Rattle up. Damit wir einen geilen Weg bauen können, ne? Manama, manama. Bebebebebebe. Manama, manama. Cheater. Bebebebebe. So, jetzt will ich die Aufnahme mal kurz schwer, denn ich benutze einen geilen Trick, um Gravel abzubauen. Ne, fackel. Ein paar Leute. Ah, ich wüsste nicht. Man sehen eben ein paar Leute in Trick. Millionen. Ja, logisch. Ja, sicher. Wusstet noch nicht. So viel was? Ja, klar. Ja, wusste nicht. Ich hab schon 5 Millionen Abonnenten. Weißt du, mein zweites Kanal hat weniger Abonnenten als mein Hauptkanal und der heißt PewDiePie, weißt du? Ne. Wie denn? Hm. Also, ey, Smosh ist nicht mehr meinstabonnierter Kanal, YouTube-Kanal der Welt, ne? Du hast Sand geniedet. Nein. Sand ist in Kiste. PewDiePie. 64. Hm. Äh, Sand. Oh, das war ein ziemlich großer Ausschlag. Zu wenig. Nö. Ne Frage, wenn du Sachen schneller abbaustest. Ne, der ist so, wenn du das auch immer fester auf der Maustaste. Oh. Bin ich wirklich so anders. Ach so, ja stimmt, das ist recht. Irgendwo anders. Ja, ja. Nee, weil ich finde immer wenig fester drückt, grab das Ding aus schneller ab. Ja, bei einem Klick wollte das ja nicht ab deswegen. Denk ich hab deine Wüste gefunden. Aber Klick ist Klick, ne? Tomheund. 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 Das heißt Wüste, naja. Tomheund. Ähm, Sand... Gott, was hab ich seit, wenn man das nicht anhalten hat, ohne Spaß mal. So, aber wir gehen jetzt hier mal den sandigen Sand abbauen. Sandig. Theoretisch bräuchte ich einen PC, nur Windows drauf und, ja, eigentlich gar nichts. Der muss natürlich mal viel Speicher haben, ne? So, ja, oder? Und einfach faul, sauber nicht verbrauchen, ja? Der wird dann wahrscheinlich bei mir schon fast 24 Stunden durchlaufen. Ja, doch, Monstersinn an, ich hör grad ne Spinne. Ja, das ist doch mal was. Ich muss grad hören. Aber wir werden auf jeden Fall noch ne Höhlen tun machen. Ich glaub über mir. Achso, ja, das ist natürlich gut. Krepiert grad. Achso. Ja, ich bin grad schon dabei. Na dann. Ich hab keine Schubel mehr. Hab aber nur noch eine Eisenspitzacke. Schubel, Mubbel, 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 Mubbel. Okay, dann geh ich mal schuffeln. Dann schuffeln mal ein bisschen. Der war gut. Ich mach mir gleich zwei Schuffeln. Ich mach mir gleich zwei Schuffeln. Ja, das ist überstanden. Was? Schaufeln. Ach, Schaufeln. Jetzt hat man ein kleines Kartoffelgehirn auch gepeilt. Kartoffelgehirn. Mann, 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 der Let's Player, der hat gesagt, der hat ein kleines Kartoffelgehirn. Ach, Schätzlein, das kommt davon, wenn du immer nur deutsche Let's Player guckst. Ah, nee, warte. Gott, ich glaub mal übelst geil so'n russischen Akzent. Ja, jedenfalls, das soll jetzt russischer Akzent sein für alle Russen unter euch, ja? Äh, ja, Wodka, Schätzlein, früher, ja, in meiner Kindheit, da haben wir noch russische Let's Player geguckt. Die haben während ihrer Let's Play Wodka getrunken, ja. Ja, Putin, Wodka, 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 Gorbatschow, Putin, Wodka, ja. Und dieser Let's Player aus Deutschland, dem Land, das nichts kann, ja, die, was trinken die, wenn sie kein Bier trinken oder zu faul sind, ist zu sagen, sagen sie natürlich, ja, wir trinken Milch. Milch. Weil ich hab, ich hab mit meinem super russischen Akzent auch so derbe, dass er gewollt, ne? Kennst du einen Blali? Der heißt ja Viktor, ne? So, und in einem Kommentar stand da, Ali, boah, Viktor, kannst du mal das, nee, Ali, Ali, kannst du mal das R rollen? Ja, klar doch. Ja, das find ich auch. Ich hab dir sogar extra Gravel mitgebracht. Mhm. Also ich find, langsam nimmt unser Haus wirklich Gestalt an. Ja. Gravel. Mhm. Ich hasse es irgendwie, wenn ich, ich will mir selber, ich will, na, 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 na. Ja, solche Leute, ich will selber nie Gravel sagen, weil das Grund immer sagt. Danachher ist sie doch, mach ich schon, mach ich schon, mach ich schon, mach ich schon, mach ich halt nach, mach ich, könnt euch nur bei anderen Leuten abgucken, ihr seid schlecht. Weißt du, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Oh. Wie kommts, wie kommts, Schotter. So viel Schotter haben wir doch gar nicht, verstehst du, Geld, Schotter. Oh, ich, ich merke gerade, ich nehm gar nicht mehr auf, ne? Ja. Scheiße. Ja, Festplatte voll. Na ja, ähm, ich glaub, wir sollten mal kurz die Aufnahme stoppen, oder? Ja, das könnten wir dann einrichten. Ja, okay, dann, äh, tschö Leute. Tschö.